hier hat und damit herzlich willkommen zum weiteren video von mir ich soll das spiel bless unleash wir machen jetzt direkt weiter ich habe das spiel schon jetzt lang nicht mehr gezockt und ich freue mich jetzt weiter zu machen mit den hauptquests das letzte müssen wir eine anführe töten bis jetzt hier in einem wüchen gebiet linien im sand suche die knoll räuber bahn die den staubbind boden hat hier auch steigen schon gesagt ja war nicht so schwer ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Straßenfreimachen, Zeige, Farmer, Galopper, den Beweis dafür, dass du die Banden auf den Farm besiegt hast. Ah, so ein Boss fällt sogar, aber 1000 Meter entfernt. Mach ich lieber nicht. Thario Look after your animals, and they'll look after you. Musik Musik wow richtig gut ich mache ganz kurz mein monitor hoch so perfekt rücken so kampf den banditen besiege die nahe ware haben königin schwäche warten ja auch frame drop ist da muss sogar rüstungs wert 316 haben ich habe ich 217 hoch ein bisschen zu wenig aber ich probiere es mal trotzdem da müssen sehr viele online spieler alle warten dann wird sie sie eine solle ich ja angriffe hallo ich will gerne ok nächsten mal gegner ja mal es ist immer noch so krass wie viele spieler aktiv spielen ja 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 da ist sie ja 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 Hallo? Ja, was soll ich als Fernkämpfer machen? Was ist das? 11.14 Danke, danke, oh mein Gott, wir haben fast Danke, danke Ich heile mich lieber 3 Minuten Yay, Stufe 10 So, ich gehe mich lieber Im Sicherheit Tasche, Helm Ne, Sprecher, Waffe Berserker Oh mein Gott, der ist sogar so gut Und ich kann es nicht ausrichten Ich habe noch eine Kiste bekommen Das ist mega ärgerlich Oh Lichtrede Berserker, sehr schön Auch gut Kritischen Trefferschaden Um 7,3% Öte Angriffskraft Um 20 Nämlich Aber das, oh mein Gott Die Sachen sind so gut Aber ich will unbedingt eine Axt des alten Reichs haben Oh, ich bin kein Berserker Oh, wie ärgerlich Wie ärgerlich Bodenleiche Kann ich immer noch da Eier sammeln? Nö Wer weiß, vielleicht will ich die auch noch verkaufen Aber hey, wir haben jetzt Stufe 10 erreicht Ich war auch zufrieden Hat sich gelohnt Ich war ein bisschen zu schwach Aber hey Ich bin glücklich Hey, Rüstungswert 260 Juhu Ich bin falsch, oder? Ja, ich bin falsch Ich bin falsch Gibt es hier noch einen Briefkasten? Wer nicht Oder das ist eine Truhe? Hallo Ich habe nie gedacht, ich würde das kommen Ich bin falsch Bessige die Banditen Töte Manu den Banditen Okay Ne, töte mal nur den Verdienten, lol. Jetzt schon besiegt. Ging easy. Okay. Stufe 11, ich bin eindeutig zu schlau, ich muss wieder privat brinden. Nein, falsch. Kommt, dich töte ich auch noch. Ja, komm, renn einfach weg. Oder komm, die Fangspunkte nehme ich noch mit. Da? Da? Sehr schön. Immer schön schade machen. Leider macht mein Schildschlag nicht so viel Damage und die können mal wenigstens so einen Effekt machen, wo die auch noch gestunnt werden, aber egal. Uns fehlen noch zwei Gegner. Läuft noch gut. Nur noch einen. Ich muss mal auch mehr meine Verteidigung erhöhen. Das ist doch wichtig. Ich dachte nie, ich würde dazu kommen. Ich bitte zum Schluss. Was ist das? 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 Was ist das?